In den heutigen VIVI News schauen wir uns auf jeden Fall die Drop Details an für den kommenden Black & White Series 7 Drop. Unter anderem haben wir den nächsten Comic Drop am Start und schauen uns den ganz genau an. Außerdem gehen wir noch auf den Omikus ein, denn dort gibt es auch eine sehr interessante und auch besorgungserregende Entwicklung. Das sind sie für mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es, dein Captain, dein VIVI OG mit den wichtigsten VIVI News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und ich würde sagen, wenn dir mein Kanal gefällt und du auf jeden Fall in Zukunft keine weiteren Videos verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall sehr gerne den Kanal. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Und starten tun wir an dieser Stelle mit dem kommenden Black & White Series 7 Drop. Und zwar sind wir insgesamt hier zwei Collectibles an den Frank Miller angelehnt. Das Ganze wird hier am Sonntag um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Das Ganze wird an dieser Stelle kein Blindbox Drop sein, sondern ein einzelner Drop. Also ihr könnt jeden Charakter einzeln kaufen. Als allererstes haben wir hier erstmal einen Batman und das Ganze wird einen Listenpreis bei beiden aber tatsächlich von 50 Gems haben. Die Editions sind hier aber bei dem Batman sind 3.800 Stück. Außerdem ist es eine Rare und natürlich keine First Appearance, weil wir tatsächlich ja schon mehrere Batmans auf VIVI haben. Dann haben wir als nächstes hier einen Joker und zwar nämlich The Joker als Ultra Rare. Das Ganze wird hier an dieser Stelle nur 1.800 Editions haben und ein Ultra Rare sein. Ja, an dieser Stelle für mich persönlich jedenfalls kein Drop, den ich mitnehmen werde, weil ich erstmal denke, dass das sowieso nicht ausverkauft werden wird. Unter anderem wird er sehr wahrscheinlich sowieso unter Droppreis landen und von daher werde ich mir da keinen kaufen, weil da kann ich mein Geld ehrlich gesagt auch direkt verbrennen. Als nächstes haben wir dann den nächsten Comic Drop mit dabei und der ist für den Montag, den 24. April um 17 Uhr deutscher Zeit. Und hier sehen wir Amazing Spider-Man 129 und wir haben es an dieser Stelle hier mit der First Appearance from The Punisher zu tun und das ist natürlich kein unrelevanter Charakter auf jeden Fall. Und wir bekommen hier außerdem wieder exklusive Rare und auch Ultra Cover und das sind aber die Cover, die wir an dieser Stelle sehen werden. Mir gefällt so oder so hier auch das Cover schon sehr, sehr gut. Auch die Ultra sieht schon sehr, sehr cool aus und auch die Daten von Go Collect sehen hier auch gut aus. Hier insgesamt für eine 9.8 sind jetzt hier 30.000. Wenn man sich aber tatsächlich mal die Sales anschaut, dann gab es sogar einen Comicverkauf von 57.000 US-Dollar. Dementsprechend ist das auf jeden Fall ein guter Preis, wenn man sich außerdem hier mal die gegradeten Editions anschaut. Denn ihr seht schon hier 168, 9.8, da gibt es insgesamt 451, 9.6 und hier von der 9.0 sogar 1.155, also extrem viele Editions. Und trotzdem ist der Preis hier doch verhältnismäßig ziemlich hoch, nämlich bei 3.400 Euro, hier bei einer 9.0. Und wie gesagt, hier der 9.8 wurde für schon insgesamt knapp 60.000 verkauft. Also wir haben es hier auf jeden Fall mit einem sehr starken Comic zu tun und dementsprechend für mich definitiv ein Comic, was ich zu 100% mitnehmen werde. Ich gehe aber davon aus, dass wir maximal auch hier wieder 5.000 Editions haben werden, weil es hier wirklich mit einem sehr guten Comic zu tun hat, mit einer interessanten First Appearance. Und dementsprechend für mich auf jeden Fall etwas, was man mitnehmen kann. Als nächstes gehen wir auf einen Tweet von Alex G ein, an dieser Stelle hier der Marketingchef von Vivi. Und er schreibt hier jedenfalls zu seinem eigentlichen Don't Aime A, auch nächste Woche keine Show, also kein Don't Aime A. Aber auf Vivi gibt es was Gutes, inklusive einer großen Ankündigung plus Community Update, wenn alles gut geht. Ich gehe davon aus, dass diese große Ankündigung wahrscheinlich das Vivi-Wer sein wird. Und das Community Update wird uns auf jeden Fall vielleicht nochmal die eine oder andere schöne Lizenz präsentieren. Und ich bin auf jeden Fall, wie gesagt, gespannt. Das Community Update ist auf jeden Fall auch schon in Produktion. Ich habe da auch schon mit David tatsächlich privat geschrieben und dort ist es auf jeden Fall auch momentan ganz schön wild am Hergehen bei Vivi, wie es halt aber immer so ist. Nichtsdestotrotz, ich bin auf jeden Fall gespannt. Schreibt mir aber auch sehr gerne eure Vermutungen unten in die Kommentare, wenn ihr dazu was habt. Und ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns mal den Omikos jetzt genauer an. Denn der ist momentan, wie ihr auch schon seht, hier gerade minus 1,9% in den letzten 24 Stunden. Und wir sind bei einem Bereich mittlerweile angelangt, wo man sich wirklich fragen muss, wie weit geht es ja eigentlich noch runter. Wir sind momentan bei 0,0065 US-Dollar Cent. Und das ist wirklich ein absoluter Tiefpunkt im Omikos, muss man einfach mal ganz klar sagen, wenn man sich hier das die letzten 180 Tage anschaut. Ja, dann sind wir hier wirklich auf einem absoluten Tiefpunkt. Und auch im maximalen Chart sind wir tatsächlich hier beim maximalen Tiefpunkt. Und wenn man sich das anschaut, wir waren hier, das war in 2021 in etwa hier bei dem Preis oder sogar noch tiefer. Dementsprechend sind wir mittlerweile bei wirklichen Preisniveaus angekommen, wo wir auch keinen Support mehr haben. Beziehungsweise wir halt in Terrence kommen, wo halt einfach kein Support herrscht. Also da werden sich dann halt erst Supportlinien aufbauen von Preisen, wo der Markt dann halt sagt, okay, hey, bis hierhin und nicht weiter. Aber diese Niveaus müssen halt auch erstmal getestet werden. Und es wird sich halt auch zeigen, wie lange der Preis dann halt auch da unten ist. Und wenn wir uns das nochmal hier auf dem Chart ganz genau ansehen, sind wir halt auch hier diese sehr wichtige, meiner Meinung nach jedenfalls sehr wichtige, Support durchbrochen. Und zwar nämlich bei der 0,007. Da hatten wir hier einmal angetestet, genauso wie hier. Und dann sind wir jetzt hier runtergefallen. Für mich persönlich ein sehr negatives Zeichen. Und signalisiert mich jedenfalls, dass der Kurs hier noch sehr viel weiter nach unten gehen kann. Ich möchte hier aber ganz klar betonen, dass er runtergehen kann. Es ist ganz davon abhängig, ob Vibi jetzt hier was mit Omi2LFT macht oder irgendwie OmiUtility rausbringt. Ich gehe aber ehrlich gesagt erstmal nicht davon aus, dass wir es jetzt in den nächsten zwei Wochen sehen werden. Und ich gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall hier nochmal einen Test sehen können. Bis hier hoch, bis zu der 0,007. Dann aber eventuell, wenn wir hier auch nicht weiter Support bekommen und weiter Auftrieb bekommen, dass wir dann definitiv nochmal einen weiteren, tieferen Abverkauf sehen können. Sogar in dem Bereich hier von 0,0005. Das sind aber alles nur Prognosen, die wirklich im Worst Case eintreten können. Aber für mich persönlich ist hier auf jeden Fall dieses sehr wichtige Support gebrochen. Ich persönlich warte jedenfalls momentan erstmal mit meinen Omi Käufen. Denn man weiß nicht, wie weit es noch runter geht. Ich bin momentan, glaube ich, in etwa mit meinem Durchschnitt 80% im Minus. Und dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, bei mir, ja, ich bin auch wie gesagt fett im Minus. Aber ich persönlich halte meine Hände still. Ich glaube weiterhin trotzdem an den Omi Token. Aber nichtsdestotrotz, ja, sind wir mittlerweile an Terrors angekommen. Beziehungsweise an Punkten angekommen, wo man sich dann natürlich schon teilweise fragt, ja, wie weit geht es denn eigentlich noch runter. Aber schreibt mal gerne eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare. Kaufst du gerade noch nach? Was sind deine Einstiege? Schreibe es sehr genau unten in die Kommentare. Und ansonsten war es dann an der Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das ganze Video aber gefallen hat, gib dir ganz viel sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke mich auf jeden Fall riesig da draußen bei dir fürs Zusehen. Und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch ein wunderschönes Wochenende. Und bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.